hallo hier ist euer silberfuchs heute möchte ich euch etwas erzählen über die schwierigkeiten die man in den anfängen der edelmetallanlage eventuell haben kann und die fehler die man machen kann also angenommen ich fange jetzt an mich dafür zu interessieren die kurse steigen ich entdecke aha da ist viel im argen auf der welt ich möchte einen teil meiner finanzen absichern dann schaue ich mal gold silber was gibt es da so dann geht man natürlich auf youtube gibt da ein goldbarren silberbarren goldmünzen silbermünzen und dann erscheint als einer der ersten treffer immer ein nettes video von einem edelmetallhändler zum beispiel dann schaut man sich dem seine seite an und dann sieht man aha der hat diverse sachen da bestelle ich mir mal was das problem ist was man als anfänger vielleicht noch nicht weiß ist dass es seiten gibt wo man preise vergleichen kann was ich euch hier jetzt mit absicht zeige das sind jetzt seltenere stücke sammler stücke mit verschiedenen niedrigen auflagen oder eben koloriert viele geben auf kolorierte münzen gar nichts andere haben sie gern und eben da auch der gorilla von das gottsdale den findet man nicht bei jedem händler und darauf möchte ich hinaus es gibt händler die haben viele seltene oder exotische münzen die schwer zu kriegen sind und wenn man ein sammler ist und fortgeschritten ist und weiß wo man nachschauen muss und suchen dann kann man sich bei diesen händlern diese münzen kaufen weil man bekommt sie zum teil nirgendwo anders und man muss halt auch gewisse auf preise bezahlen was man auf keinen fall machen sollte ist bei solchen händlern die ganz normalen alltagsmünzen kaufen also normale bullien das ist zum beispiel sowas der krügerrand die britannia oder semi numismatisch der koala das sind sehr verbreitete münzen die gibt es bei fast jedem händler und ohne preisvergleich sollte man die auf keinen fall beim erstbesten händler kaufen es gibt gold.de goldpreis.de gold-preisvergleich.de und so weiter ich schreibe euch auch noch in den links in den kommentaren den link dazu und ich bitte euch inständig ich nehme mal an ihr habt euer geld hart erarbeitet und nicht geerbt oder keine ahnung auf jeden fall liegt euch was dran dass ihr möglichst viel bekommt für euer geld es gibt verschiedene händler in deutschland im deutschsprachigen raum die sind gelistet auf diesen seiten die ich genannt habe und da kann man direkt vergleichen wie viel kostet die münze wo sogar wie viel versand dann kann man die händlerseiten anschauen bietet der auch tafelverkauf an hat er eine filiale irgendwo dann spart man sich sogar die versandkosten und wenn ihr halt auf das erste beste werbeangebot reinfällt und euch dann teuer diese münzen kauft die man überall kriegt es gibt da noch wiener philharmonika die kanadische maple leaf das ahornblatt es gibt den american eagle es gibt das australische känguru das sind alles münzen die werden millionenfach geprägt und die kriegt man wirklich bei jedem händler da geht es dann wirklich um den preis und nicht darum ob der händler nett ist und netten auftritt hat und ob man da ein gutes gefühl hat wenn man bei dem kauft dass man dem was gutes getan hat weil über die leute freut er sich ist halt für ihn einfach verdientes geld und wenn man die preise vergleicht dann kriegt man mehr für sein geld weil man dann auch bei dem richtigen händler oder bei dem günstigsten händler praktisch einkauft der wettbewerb ist hart die margen sind klein auf dem markt und deshalb kann sich auch kein händler irgendwelche tricksereien erlauben sondern meistens sind die händler wirklich seriös und auch kulant wenn irgendwas nicht in ordnung ist mit der bestellung deshalb preise vergleichen leute ich kann es nicht oft genug sagen vielen dank euer silber fuchs